Musik Heute begrüßen wir Nicole Puntbecker zum Gäste-Daily. Nicole Puntbecker agiert im Bereich Ghost Negotiation als Verhandlungsexpertin im Hintergrund und unterstützt ihre Mandanten, das beste Ergebnis in erfolgsorientierten Verhandlungen für sich zu erzielen. Und vor diesem Hintergrund eröffnen wir heute gemeinsam den Reflexionsraum und sprechen im Gäste-Daily über Verhandlungsführung im Zeitalter der Digitalisierung. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal hochoffiziell, liebe Nicole. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich sehr und ich begrüße alle. Herzlichen Dank. Ja, wir haben ja im Experten-Talk bereits spannende Einblicke zum Thema strategische Verhandlungsführung erhalten und heute wollen wir uns mit der Frage befassen, wie sich denn die Verhandlungsführung gerade auch im Zeitalter der Digitalisierung verändert, beziehungsweise ändert sich denn dadurch überhaupt etwas? Das ist ja die Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen sozusagen. Was sagst du denn so aus deiner Perspektive, liebe Nicole? Also ich muss sagen, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Vor Corona war ja die Digitalisierung ein schleppender Prozess. In meinem Bereich gab es das immer schon ein Stück weit, weil das auch sehr international ist bei mir. Aber jetzt und nach Corona und nach dieser verstärkten Digitalisierung kann ich auf jeden Fall sagen, es ist mehr geworden und ich denke auch, es wird in Zukunft weitaus mehr werden. Wir müssen uns da wirklich umstellen. In welchen Bereichen wirkt sich das denn so aus? Also was sind dann da so die Bereiche, wenn wir sagen, es verändert sich? Ist das dann mehr auf inhaltlicher Seite sozusagen? Oder sind das irgendwelche Tools und Techniken, die da in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommen? Was genau verändert sich da aus deiner Sicht? Also es sind im Grunde Tools und Techniken. Die Inhalte müssen sich natürlich anpassen aufgrund dessen. Aber die Tools und Techniken sind ausschlaggebend. Heute wird verhandelt per E-Mail, per Telefon, per Teams, Zoom etc. Und das ist eine ganz andere Geschichte, auf die man da achten muss und wie man sich da auch geben muss. Ja, vor allem stellt sich ja auch die Frage, gerade wenn sich dann auch so Tools verändern und eben auch, ja, vielleicht bis hin sogar zu Vertragsabschlüssen. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Tools mittlerweile, die dann auch eingesetzt werden können, um gewisse Vereinbarungen letztendlich sogar mittlerweile auch digital zu unterzeichnen. Das ist ja dann der letzte Schritt. Aber bis es da hinkommt, wie ist das so in deinem Alltag denn eigentlich? Also wie kann man sich das vorstellen? Sind es dann mehrere E-Mails zum Beispiel, die hin und her gehen? Also wird da wirklich auch schriftlich zum Beispiel verhandelt? Oder ist es immer noch nach wie vor, dass dann trotzdem auch zum Beispiel Zoom-Meetings oder ähnliches vordergründig quasi genutzt werden, um erstmal die Gespräche zu führen, um dann nur noch schriftlich zu fixieren? Ja, das ist absolut richtig. Also im ersten Schritt, wenn man die Mandanten noch nicht kennt, ist es schon so, dass man per Zoom sich erstmal kennenlernt oder dass man vorab telefoniert und dann per Zoom sich nochmal kennenlernt. Einfach, wir nutzen dieses Tool ganz gerne, um Mimik etc. uns auch nochmal anzuschauen. Also vor der ganzen Recherche, die wir sowieso uns erarbeiten, die ganze Vorbereitung, die bei jeder Verhandlung läuft, gibt es ja glücklicherweise in den Social Medias genug Möglichkeiten, sich die Leute einmal anzugucken. Wie verhalten sie sich und auf was sollte man sich da einstellen und kann das dementsprechend analysieren? Und wir handhaben das dann in erster Linie so, dass wir das wirklich per Zoom machen. Und es gibt schriftliche Verhandlungen per E-Mail natürlich auch, aber das ist immer der zweite Schritt. Gerade so in Alltagssituationen haben wir das ja ganz häufig, dass wir ja auch so über Störungen in der Kommunikation sprechen. Und gerade die Digitalisierung, die stellt einen ja noch zusätzlich sozusagen ein paar Fallen, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, dass hier noch genauer geschaut werden kann oder ähnliches. Also wir haben ja schon viel darüber gesprochen, gerade bestimmte Kontexte, da eignet sich vielleicht nicht unbedingt mal schnell eine WhatsApp zu schreiben, sondern vielleicht eher doch mal zum Hörer zu greifen. Wie siehst du das im Kontext von Verhandlungen? Kommt das da häufiger vor, dass gerade durch die Nutzung dieser digitalen Tools auch Störungen in der Kommunikation stattfinden? Also ich bin großer Freund davon, erst mal zu telefonieren oder zu zoomen oder mit Team zu arbeiten, egal wie auch immer, weil ich festgestellt habe, dass die Kommunikation per WhatsApp oder andere Tools in der Richtung absolut nicht ausreicht. Und oft auch missverstanden wird und da bin ich absolut kein Freund von, weil das, was man zum Ausdruck bringen möchte, schon im Privaten hakt ja manchmal. Und in so wichtigen Verhandlungen, wie wir sie dann führen, würde ich da absolut von abraten. Das kann man vielleicht nochmal machen, um an irgendwas zu erinnern oder vielleicht auch irgendwie noch einen Nachtrag, der nicht so wesentlich ist, einfach nochmal einzuflechten. Aber ich würde es in jeder Verhandlung präferieren, zu telefonieren. Ja, absolut nachvollziehbar. Und gerade jetzt auch so, wenn eben Meetings gemacht werden, digital, wo verhandelt wird. Wir kennen das ja zum Beispiel aus anderen Kontexten, wenn wir das übertragen, dass sich ja vieles gar nicht so eins zu eins übertragen lässt, sondern dass es ja schon auch wichtig ist, wie du vorhin schon auch angedeutet hast, eben dieses inhaltlich das auch anzupassen. Wie ist das denn bei Verhandlungen, die zum Beispiel eben per Zoom oder Teams oder was auch immer für ein Tool genutzt wird, durchgeführt werden? Ich könnte mir vorstellen, je mehr Parteien da mit dabei sind, desto anspruchsvoller wird dann auch die Verhandlungsführung und damit auch die Rolle, die dann der Verhandlungsführer sozusagen einnimmt. Ja, das ist so. Also es gibt im Grunde viel mehr vorab schriftliche Kommunikation auch, Leitfäden, damit man sich in der Verhandlung selber auch noch ein Stück weit sicherer fühlt oder auch sicherer sein kann, dass das Gegenüber auch das ja verstanden hat, was man ausdrücken möchte. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn man sich Face-to-Face gegenübersteht, kann man viel besser sehen, die Mimik, wie ist die Körpersprache etc. Wenn wir das natürlich alles nur begrenzt durch Zoom haben, ich sage jetzt einfach immer mal Zoom, der einfach hat halber, wenn wir das in dem Modul einfach viel begrenzter haben und oft ja auch gar nicht sehen, was will der Mensch ausdrücken und oft ist die Bildqualität auch eine schlechte, dann ist es einfach erschwerend und aufgrund dessen sind diese ganzen Leitfäden im Vorfeld schon sehr, sehr wichtig. Gerade weil du jetzt von Bildqualität sprichst, wir haben es ja auch in Trainingskontexten oder so ganz häufig, dass Menschen ja dann zum Beispiel auch, weil sie zum Beispiel eine schlechte Netzverbindung haben, dann auch mal die Kamera ausschalten. Kann man denn überhaupt verhandeln, wenn die Kamera ausgeschalten ist? Das ist doch echt schwierig, oder? Also ich muss sagen, wir halten es so, sobald jemand die Kamera ausschaltet, unterbrechen wir, weil wir finden es absolut respektlos und so ist keine Verhandlung möglich. Und das Gegenüber, sage ich jetzt mal in 99 Fällen, würde das auch nicht machen, weil dafür sind wir nicht zusammengekommen, dafür gibt es nicht die Vorarbeit, die Wichtigkeit der Verhandlung selber. Aber wenn das jetzt mal vorkommen würde, ich hatte es Gott sei Dank noch nicht, aber wer weiß, wenn das kommt, ich würde die Verhandlung abbrechen und pausieren lassen, weil ich finde, das ist absolut respektlos. Ja, das lässt sich mit Sicherheit auch auf andere Kontexte durchaus auch übertragen, ist halt eben immer die Frage, auch eine bewusste Entscheidung zu treffen diesbezüglich. Gerade im Kreise von Verhandlungen ist es häufig wahrscheinlich ein kleinerer Kreis, als es manchmal in Trainings der Fall ist, da kann man es dann vielleicht nicht so gut beeinflussen, aber wenn es kleinere Kreise sind, dann ist es doch auch etwas, ja und du sagst, es hat auch was mit Respekt zu tun, ganze Vorarbeiten, die da auch geleistet werden und so weiter. Und es hat auch was mit der Interaktion zu tun, wir hatten eben gerade das Thema Störungen in der Kommunikation und gerade bei verschiedenen Themen, wo es ja offensichtlich Sinn macht, zusammenzukommen und quasi, wenn man schon nicht offline sich treffen kann, sich online zu treffen, weil es eben einiges auch vereinfacht, wie zum Beispiel weniger Reisezeit oder sonstiges, also auch dieses einfachere Zusammenkommen über diese digitale Welt, dann aber doch eben bestimmte Kriterien oder auch Rahmenbedingungen zu haben, die man hier auch wirklich einhält und auch entsprechend transparent kommuniziert. Wie ist das denn mit der transparenten Kommunikation? Wie weit wissen denn die Leute, die dann am Verhandlungstisch sitzen, denn bereits im Vorfeld, was sie dann sozusagen bei dieser Verhandlung auch erwartet? Also die Transparenz ist bei uns schon sehr stark oder absolut gegeben. Natürlich nicht unsere strategischen Schachzüge, das versteht sich von selber, aber wir sagen natürlich schon, wohin der Weg geht, weil es ist im Vorfeld ja abgesprochen, was will die Gegenpartei, was möchten wir erreichen? Und wenn wir diese Transparenz nicht hätten, würden wir unheimlich viel Zeit verlieren und würden auch unheimlich rumeiern, was in der Verhandlung ja nicht zielführend ist und auch irgendwann dann einfach auch mal zu langwierig, zu langweilig etc. würde. Ja, absolut nachvollziehbar. Und da sind wir eben auch bei diesem Thema Erwartungsmanagement, was ja auch wichtig ist für verschiedene Meetings. Und es lässt sich ja aus diesem Verhandlungskontext ja auch sehr viel in Alltagssituationen übertragen, denn wir hatten ja im Experten-Talk schon drüber gesprochen, Nicole, dass wir ja im Grunde ständig und überall auch immer wieder verhandeln und dass es letztendlich auch wichtig ist, das entsprechend auch vorzubereiten. Was aus denen, was du jetzt so aus deiner Erfahrung kennst, Verhandlungen, Verhandlungsführung im Zeitalter der Digitalisierung, lässt sich denn auch auf viele Alltagssituationen, und zwar unabhängig davon, ob es um Verhandlungen geht oder nicht, auch wirklich übertragen aus deiner Sicht? Ja, ich denke schon, dass sich das übertragen lässt. Und es gibt einfach neue Spielregeln im Netz, die jetzt ein Stück weit natürlich noch anders sind, die man beachten muss, aber da wird man reinwachsen. Ich meine, wenn wir überlegen, in welcher kurzen Zeit wir in Anführungszeichen digitaler geworden sind, wir sind ja noch nicht absolut am Ziel angekommen, aber in welcher kurzen Zeit das umgestellt werden musste, weil wir gar keine andere Wahl hatten. Und ich denke mir, das wird auf jeden Fall noch einen ordentlichen Schub brauchen. Aber die Zeit wird sehen, wohin es geht. Aber wir werden da nicht umhinkommen und das wird sich so schon anfassen. Ja, du sagst es so schön, wir wachsen da auch ein Stück weit rein und es geht häufig doch schneller, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Was war denn so die überraschendste Situation für dich in einer Verhandlungsführung im digitalen Kontext? Fällt dir da irgendwas ein, ein konkretes Beispiel? Ja, kann ich eins bringen. Ich hatte ein kleineres Unternehmen, obwohl das nicht despektierlich wirken soll, klein oder groß, aber es war digital leider noch nicht so ganz gut aufgestellt. Mittlerweile hat sich das jetzt ein Stück auch verändert, Gott sei Dank. Die hatten einen recht lustigen Hintergrund und dieser Hintergrund lenkte immer ab davon, dass man gut verhandeln konnte und dass man sich auch wirklich konzentrieren konnte auf den Menschen selber. Und nachdem wir das dann so als Tipp doch mal in den Raum geworfen haben, dass er das dann bitte lassen möchte, weil es glaubt eben kein Mensch, dass in der Karibik irgendwie auf einer Insel sitzt. Und wir waren wirklich sehr abgelenkt dadurch, immer auch irgendwelche komischen farblichen Nuancen da zu sehen. Hat das mit der Verhandlung dann hinterher doch super gut gefloppt. Ach wunderbar, die sogenannten Greenscreens, die dann eingeschaltet werden, also der Background, der dann. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass dann gerade auch verschiedene Hintergründe auch durchaus einen unterschiedlichen Einfluss haben können. Ob jetzt Verhandlungen oder Nichtverhandlungen, gibt es da einen Tipp, den du vielleicht teilen möchtest, worauf sollte man denn achten bei der Auswahl von so einem Hintergrund? Also prinzipiell bin ich kein Freund von Hintergründen. Ich finde es viel besser, wenn man wirklich sagt, man sitzt beispielsweise in seinem Office, hat eine weiße Wand oder vielleicht auch ein Fenster von mir aus. Finde ich absolut ausreichend mit einer guten Beleuchtung, dass man den Verhandlungspartner auch gut sehen kann, natürlich. Aber nichts, was wirklich ablenkt. Vor allen Dingen, es sollte ja in erster Linie darum gehen, dass man sein Gegenüber einschätzen kann und ein Stück weit natürlich für die Verhandlung auch bewerten kann. Das hört sich vielleicht ein bisschen drastisch an, aber es ist wirklich so. Wir analysieren ja unser Gegenüber und wir sehen, wenn der Hintergrund zu verschwommen ist, zu komisch ist, zu farbenreich ist, können wir ja im Grunde gar nicht mehr abschätzen. Hat er jetzt mit dem Auge gezuckt, war er nervös, runzelt er die Stirn oder was? Das fällt ja dann im Grunde auch alles ein Stück weit weg und da würde ich jetzt komplett von abwarten. Was mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, ist, es gab ja mal eine, ja, verschiedene Veröffentlichungen zum Thema, gerade auch mit zum Beispiel Zoom oder so, dass die, dass dann die, durch die Übertragung der Stimme sozusagen gerade auch in Meetings und so weiter, Frauen an der Stelle in Anführungsstrichen benachteiligt sind, weil die Stimmübertragungen anders hier laufen als bei Männern. Also auch gewisse Verzerrungen stattfinden. Wie wichtig findest du das denn in diesem Verhandlungskontext? Macht es Sinn, dass auch so, was weiß ich, zum Beispiel mal mindestens ein Mikrofon oder so entsprechend auch genutzt und eingesetzt wird? Welche Auswirkungen hat das gerade bei Verhandlungssituationen aus deiner Sicht? Also ich denke, dass gerade ein professionelles Equipment ausschlaggebend ist. Ich meine, das kennt man ja auch bei privaten Zoom-Meetings, wenn man da wirklich nur mit der normalen Kamera des Laptops beispielsweise agiert oder auch kein zusätzliches Mikrofon hätte. Man kriegt ja im Grunde eine super schlechte Qualität. Die Hälfte kriegt man gar nicht mit. Also da würde ich schon von abraten. Aber ich habe festgestellt, dass die Leute doch da sehr akribisch waren und wirklich sich sehr, sehr gutes Equipment zugelegt haben. Und also da hatte ich noch keine Sachen, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich verstehe mein Gegenüber nicht oder ich sehe es schlechter. Klar, es ist natürlich nicht Face-to-Face. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Qualität ist auf jeden Fall schon so, dass man das ganz gut einschätzen kann. Ja, vor allem ist auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Also zum Beispiel viele schalten sich ja hier jetzt bei Clubhouse zum Beispiel einfach mit dem Handy dazu. Und da sieht man auch, dass es große Unterschiede gibt zwischen beim Handy, was ist da für Mikrofon und sowas mittlerweile auch eingebaut. Das funktioniert alles relativ gut, auch ohne nochmal zusätzliches Equipment, sage ich jetzt mal. Natürlich macht es auch hier einen Unterschied. Aber es geht auch absolut ohne, während gerade in verschiedenen digitalen Kontexten wie Meetings und Ähnlichem, gerade wo diese Konferenz-Tools oder Ähnliches dann auch zum Einsatz kommen, da dann häufig, je nachdem, was das für ein Rechner ist, doch sehr, sehr große Unterschiede in Bezug auf Kamera, Ton und so weiter da sind. Und häufig hört man sich ja dann selbst auch gar nicht. Das heißt, man weiß ja vielleicht auch gar nicht so richtig, wie kommt es denn auf der anderen Seite an. Das heißt, hier könnte es auch in Bezug auf die Vorbereitung ja durchaus Sinn machen, vielleicht auch mal das auf irgendeine Art und Weise mal zu testen, in einem kleineren Kreis auch zu gucken, bevor man dann das tatsächliche Meeting hat. Ich meine, jemand, der regelmäßig und viel Verhandlungen führt, so wie du das machst, der ist dann irgendwann eben auch schon Profi darin und braucht das natürlich nicht mehr möglicherweise zu testen. Aber gerade jemand, der vielleicht zum ersten Mal in so eine Situation hineinkommt, schon durchaus sinnvoll, oder? Wie siehst du das da in der Vorbereitung? Also selbst wir prüfen unser Equipment vor jedem Meeting, vor jeder Verhandlung, weil es kann ja immer irgendwie sein, dass mal irgendwas kaputt geht oder schlechter funktioniert. Das machen wir vor jeder Verhandlung. Und wir raten das natürlich auch unserem Gegenüber im Vorfeld in der Absprache. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen. Spannend. Also auch die Profis machen das für sich. Finde ich klug und klasse. Ja, liebe Nicole, dann möchte ich gerne langsam die Aufzeichnung abrunden. Wir haben ja unsere Aufzeichnung, läuft ja etwas kürzer beim Daily, damit wir eben auch unsere Gäste so schnell wie möglich hier mit einbinden können. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das wäre noch wichtig, das haben wir noch gar nicht angesprochen, für den Reflexionsrahmen, den wir jetzt hier heute Morgen gemeinsam aufmachen? Dann möchte ich dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, bevor wir die Aufzeichnung abrunden. Ja, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, wirklich gerade bei digitalen Verhandlungen erstes Mal natürlich auf das Equipment, wie wir gesagt hatten, dann natürlich auch auf die Art und Weise, wie ich mich präsentiere. Das ist ja dieses ganz normale Kameratraining. Das findet man ja, wenn man jetzt anfängt, sozusagen auch schon bei YouTube oder man nimmt sich jemanden zur Hand, der es auch wirklich kann und lässt sich ein Stück weit unterstützen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um da schon einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie man sich am besten vor der Kamera präsentiert, damit man nicht das berühmte Nasenloch von unten die ganze Zeit in der Kamera hat oder nur die Stirn. Und da gibt es ja so lustige Filme, die man sich da auch ansehen kann. Also das bitte alles vermeiden. Und ansonsten natürlich sehr viele Richtlinien bezüglich auch, dass es nicht aufgenommen werden darf. Ich muss meinem Gegenüber ja auch schon mal sagen, wir wollen das Ganze nicht irgendwie audiomäßig dokumentieren oder wir wollen es dokumentieren. Das ist ja eine Absprache. Das muss man ja auch wissen. Das hat ja auch rechtliche Perspektiven. Und ja, also da gibt es einiges, was man auf jeden Fall beachten muss. Aber ich glaube, da können wir nochmal einen separaten Raum für öffnen. Das ist wohl wahr. Ich bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen und welche Erfahrungen sie selbst auch machen eben in der Nutzung von digitalen Medien im Kontext von verschiedenen Situationen und auch Verhandlungen, die stattfinden. Vielen lieben Dank, liebe Nicole, für den Einstieg, für den gemeinsamen Einstieg, um jetzt dann auch wirklich die Runde zu eröffnen und die anderen mit dazu zu holen. Das ist ja auch wirklich die Runde zu eröffnen und die Runde zu eröffnen. Vielen Dank. Vielen Dank.